Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 3. Ähm, ja, bin ich ausgestiegen, sehr schlau. Ja, auf jeden Fall, willkommen zu einer Runde Battlefield 3. Ich muss mal gerade den Sound leise machen. Ähm, so. Lass mich eben dein Fahrzeug reparieren. So, auf jeden Fall, hier eine Runde Battlefield 3. Habe ich ja noch nicht auf dem Kanal gemacht. Will ich aber mal ein bisschen spielen hier. Ähm, ja, bin ich natürlich schön hier hinten gespawnt. Also, man muss ja auch mal ein bisschen abwechseln und sein auf dem Kanal. Sonst habe ich ja mal so ein bisschen 2 gemacht, so, mit Julian. Und ja, jetzt machen wir mal eine Runde Battlefield. Beziehungsweise, ich mache mal eine Runde Battlefield. Wenn Julian sich Battlefield gekauft hat, spielt er natürlich mit und nimmt es auch auf. Weil ich habe auch gerade nur 40 FPS. Also. So. Hui. Wo? Wo ist feindlicher Panzer? Ach du Scheiße. Ich bin nicht da. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Mal sehen, ob ich mal ein Treffen... Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann einfach weiter vor. Wie sieht es denn aus? Äh, A muss gehalten werden? Okay. Ach du Scheiße, Mann. Hier wäre es eigentlich ganz gut, Sniper zu nehmen. Und wie es aussieht, gibt es ja auch keine Helis. Schade, ich mag Heli fliegen. Ich wollte schon... Hat für ein fettes Ding, ey. Ein Panzerjäger? Ein Panzerjäger? So, mal sehen. Wo ist ein Panzerjäger, hä? Da hat das ja... Mal sehen, treffe ich... Ne, schade. Leider nicht. Ein, den werde ich auch nicht treffen, der ist zu schnell. Ah, hier ist auch einer. Ich bin nicht da. Au, ich bin doch nicht da. Ach du Scheiße, Mann. Von wo kommen die denn? Ah. Ach, Mann. Schade. Also, ich glaube, ich werde mal so cool sein und Sniper nehmen. Mal so ein bisschen was versuchen. Ne? Ah, okay. 50 FPS. Geht so, ne? So, jetzt brauchen wir erstmal nur gute Stelle zum Snipen. Sorry. Sorry. Okay. Hier irgendwo jemand? Nein, natürlich nicht. Äh, wo war das denn? Bitte um... Okay, Jungen. Mir nach. Wir haben ein fändiger Panzerabholung. So, sofort. So, ich brauche mal kurz, wenn ich abholt hier... Ist ja nicht so, wie bei Call of Duty, wo man einfach quickscopen kann, ne? Pff. Puh. 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 Ne. Achtung. Ein feindlicher Panzer ist zu euch unterwegs. Ich will da rein, Junge. Fick dich. Alter. Ich glaube, da kann man aber nicht zu zweit rein. Ich weiß es nicht. Aber Battlefield ist schon sehr schön gemacht. Battlefield 3. Best, also, besser als COD würde ich halt nicht sagen. Das ist halt geschmackssache. Manche mögen halt immer dieses schnelle Durchrushen wie bei COD und manche mögen halt dieses taktische Laufen wie bei Battlefield hier halt, ne? Okay, dann machen wir erstmal hier ein Spawn-Becken. Ach, du heilige Scheiße. Äh, ich weiß gar nicht, was ich mit mir und das machen soll. Ich mach's einfach mal hier. Ach, ja, okay, das bringt mir jetzt auch nix. Hm, okay. Eiskalt schießt auf uns. Wo war'n Mainz? Ich glaube, das hier war Mainz. Genau das war Mainz. Heyyyy. Okay, und gleich wieder ein Spawn-Bike hin machen, damit ich auch nachher wieder spawnen kann, nicht sterbe. Was gleich passieren wird. Hallo? Gut, ich dachte schon, ich hab' mein Spawn-Bike weggenommen. Na, wo sind sie alle, die Gegner? Alle in Fahrzeugen drinne, oder wat? Ah, Mann. Snap muss ich auf jeden Fall noch üben. Ja, hab' nen feindlichen Panzerjäger gesichtet, over. Ich hab' gerade den feindlichen Panzerjäger gesichtet. Ich hab' gerade den feindlichen Panzerjäger. Ich hab' gerade den feindlichen Panzerjäger. Ach du Scheiße, ich... Da zählt jemand auf mich, au. Ich brauche eine Ergondition! Aber okay. Ich brauche eine Ergondition! Aber okay. Ach, so'n Scheiß-Typ da, Alter! Ah, ich bin müde! Okay. Spawn-Bike, natürlich bei mir hier. Ähm... Scheiße, hier will ich doch gar nicht hin! Das ist ne Scheiß-Position! Das ist ne Scheiß-Position! Das ist ne Scheiß-Position! So! Ach, du heilige Karotte! Okay. Ja, auf jeden Fall ist einer aus meinem, ähm, Team Blumenkohl. Ach, du weißt, was du schon so verletzt hast? Äh, Dann, dann, dann... Dann nehmen wir auf jeden Fall schon, wenn jemand aus dem Team Blumenkohl heißt. Ach, Maaan! AKS74! Uh, Mann! Wo stehen denn alle? Ich seh' die doch gar nicht! Okay. Nur auf jeden Fall, ein langer Teil. Wo ich wahrscheinlich nur zwei Kills schaffe. Und wieso Spawn... Da, ist jemand bei meinem Spawn-Bike gespawnt. Ich hab ganz weggesinnert, dass er irgendein Spawn-Bike gelegt hat, ne? Schaade... Ja, aber es ist schon ne schöne Waffe. Wir rücken auf! Aber sicher! Okay, kann ich jetzt da rein, irgendwie? Ah, gut, man kann hier rein. Oh, ich kann sogar schießen, wie geil ist das denn? Okay, fahr doch mal weiter hier. Los, hopp, 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 hopp! Halt nicht! Kann er mal mit ihm hier rausgehen, wenn er nicht schießt? Ach, Mann! Denn halt nicht! Benötige Abholung per Fahrzeug, over! Joa, ich glaub wir sind grad am Gewinn so schön, ne? Okay, es ist zwar nicht ganz so geil, eigentlich sieht man meine Kali grad nicht, aber ich glaub ich hab mal einen Kill oder so. Sehr schön. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Mann, hat einen F... Aaaaaahhh... Du Scheiße! Lauf, Junge, lauf! Ich will noch einen Kill haben! da war doch gerade einer und hoch nein hoch nein okay ich muss jetzt irgendwie erstmal hier hochkommen damit ich ein bisschen Übersicht hab in eurem Einsatzgebiet ist ein feindlicher Panzer gerade in den feindlichen Panzer in eurem Gebiet gesichtet oh du hei ja alter okay ich glaube das war's wir haben glaube ich gewonnen oder dann drei müssen wir noch machen und wir haben gewonnen hey übermächtig habe ich bekommen ja das wollt ihr nicht sehen äh ich halt gerade die Hand vor dem Bildschirm das wollt ihr nicht sehen ja okay das war's dann mit Battlefield den ersten Teil mal ähm ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen Daumen hoch da wenn nicht lasst trotzdem Daumen hoch da huah 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 ähm so wie auch abonnieren und alles und ich sag tschüss bis zum nächsten Teil und wahrscheinlich mal ich nochmal Battlefield weil es mir echt Spaß gemacht hat also bis denn ne Und dann,